der bußkanal endlich ist es soweit heute ist der 24 dezember ja weihnachten ist jetzt und dazu gibt es natürlich jetzt das 24 der türchen von unserem adventskalender einmal werder bremen petersen ist die 24 mich jetzt sehr gespannt was da drin ist deshalb öffnen wir das auch gleich und schauen mal was denn da so drin ist auf jeden fall sind drei karten drin sonst waren immer nur zwei drin fangen wir gleich mal mit der ersten hier an das einmal kruse base karte kommen wir hier das einmal braunschweig mannschaftskarte und was haben wir hier alles klar einmal noweski limitierte auflage das einmal die limitierte auflage die in diesem adventskalender zu finden ist sieht schön aus noweski eine mannschaftskarte soweit ich weiß ich glaube ich habe jetzt alle mannschaftskarten von der ersten liga ist eine schöne sammlung und natürlich die limitierte auflage noweski sehr schön das war die nummer 24 das letzte türchen unseres adventskalenders damit sind alle offen und bleibt mir nur noch zu sagen lasst euch reichlich beschenken habt ein schönes fest esst gut gibt immer gut zu essen an weihnachten genießt die feiertage macht was draus erholt euch wie auch immer wir hören uns dann bestimmt morgen übermorgen wieder mit einem kleinen video vielleicht bekomme ich ja auch karten geschenkt oder so dann öffne ich die mit euch und so weiter ansonsten genießt den tag und dann bis zum nächsten video euer buß kanal